Hallo meine Poké-Freunde und Poké-Lenten, willkommen zu hier in so einem neuen Spiel. Wir spielen heute Game & Watch Gallery 2. Ich hab hier vor... Warte, ich muss kurz nachgucken, wann war das? Ach, vor fünf Monaten habe ich zuletzt Game & Watch Gallery gespielt, den ersten Teil. Und wir spielen hier den zweiten Teil. Yeah, wuuu. Ja, mache ich jetzt auch schon richtig ab. Allerdings spielen wir den Schwarz-Weiß-Version. Und es gibt normalerweise auch eine Game Boy Color-Resion, aber original, soweit ich weiß, gab es einen Game Boy, kam es nur das Game Boy raus. Und ja, dann darf ich mir kommen, spielen wir retro, spielen wir schwarz und weiß. Weil, ja, warum nicht? Ich werde, wie gesagt, die ganze Reihe spielen. Nein, du sollst noch nicht spoilern, was da alles kommt. Ich werde nicht über das Spiel erzählen. Ich werde vorab jetzt nochmal sagen, dass ich das Spiel jetzt in diesem Video nicht 100% habe oder irgendwie durchspielen werde oder so. Ich werde nur alle Minigames zeigen, die das Spiel bietet. Und ja, hier gibt es noch eine View Gallery, wo Mario erstmal ein bisschen updancen kann und seine Hand hochgeben kann. Und jetzt essen kann. Mäaam. 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 Ich bin da. Noteboards, aber ich check das hier nicht. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Ich habe mir das ein wenig angeguckt, aber ich verstehe das einfach nicht. Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr Bescheid. wenn ihr bock hat ich manchmal ein live stream und dann später spiel mal durch und dann kann ja mal das bonus minigame zeigen denn ihr seht schon es gibt fünf statt nur vier minigames im ersten teil allerdings noch ein sechstes was ich gerade angesprochen habe das nennt sich irgendwie ball glaube ich oder ball und das ist einfach so ein jonglier minigame muss hat die belle jonglieren und das war ich weiß je mehr sterne man hat desto mehr charaktere kann man dann spielen aber es ist einfach nur jung und so und ich weiß nicht würde jetzt für jonglieren für sonnieren will ich jetzt echt nicht so viel zeit verschwinden wissen was ich meine als ja wenn ich finde ich übel aber die fünf hier die werden auf jeden fall spielen in der neuen und in der alten klassischen version fangen an mit parachute wo nach dem ständen weggehen toad runter fliegt und die käme und sieht natürlich schon direkt dass die kirche noch und dafür jetzt ändern ja ja ich würde fangen mit morgen morgen also es funktioniert so das spiel wir sind mario in dem boot und unten ist so ein richtig feller schieb schieb sind schon die case sehr schnell wenn die euch soweit ich weiß sehr langsam nach unten egal und ja wir müssen die einfach alle in unser boot schnappen ich glaube so ein ähnliches mini game wenn ich sogar das gleiche gab es auch in dem ersten teil kann es sein ich weiß es gerade nicht schon länger her dass ich den ersten teil gespielt habe aber ja und wenn so lange gespielen bis ich verkacke werden dann kommen hier ja da oben ist irgendwie so dieses jetzt wo ich mir das angucken da oben dieses luftschiff oder was ist das erinnert mich irgendwie an marke 65 die die letzte welt da so rainbow road welt wo man im himmel ist auf diesem fliegenden teppich drauf ist auch dieses eine schiff was es da gibt wir haben mich daran vor allem unten da diese flügel wieder so nach rechts sorry joshino store muss der muss keine sterben ja hab ich kein bock mehr, ihr habt es ja gesehen Danke Toad, aber juckt mich nicht Und die klassische Version, so wie es damals auf dem Game & Watch war Ja Das ist das hier Schon ziemlich krass, oder? Kommt doch mal her Und diesmal ist es ein High, vielleicht werden die diesmal wirklich gefressen Okay Ja, ich finde das ein wenig langweilig, dass es keine Musik ist, weil Ich habe das Gefühl, dass es langweilt euch vielleicht Und das wäre natürlich nicht gut Ich brauche die Views Aber ich würde ja nicht langweilig, ich würde ja entertainen Das ist auch der Sims-Videos Okay, der hängt da wieder fest Oh nein, der wurde halt wirklich gefressen Oh nein, das wollte ich gar nicht, es tut mir leid Naja, ich bin mit Tastatur, weil ich es einfacher finde mit Tastatur zu spielen So ein Spiel Nicht ehrlich bin, ja So, okay Ich weiß nicht genau, wie lange diese Folge dauern wird Vielleicht mehr als eine halbe Stunde wahrscheinlich, schätze ich mal Weil ich habe mir gesagt, hier ist das Minigain, so wie ich es zeigen will Letzte Folge hat fast eine halbe Stunde gedauert Ach komm, ich bin noch scheiße Okay, dann dauert das vielleicht nur wenig Hey, der Apostel, die Hände gehen Okay, danke, Cloud Ja, das war Parallel Chutes und etwa Aber ich bin mir sehr sicher, sowas ähnliches hatten wir doch auch im ersten Teil nicht Wie auch immer, als nächstes kommt Palmet Und die Sterne zeigen, dass Mario ist da Und Warakuba Was war das nochmal? Ach stimmt, das war richtig cool Zack Oh, okay, warte kurz Sorry, ich habe es kurz ein wenig verkackt Weil ich mich konzentriert habe Aber ich finde, man spielt Ich finde Mario sieht aus wie Wario Also ich finde Mario sieht gerade voll aus wie Wario Also was wir machen müssen Ja Komm, mach auf So, rein da in die Tür T-Switch Coins mitnehmen Mach den Gameboy Sound Und ja Und dann die Punkte Also Ja, und dann durch die Tür Ja, ich glaube man checkt's, oder? Ja, Punkt Noch ein Punkt Wenn man dann reingeht Mit den Münzen In die Tür Dann kriegt man Ja, Punkte Aber ich finde halt wirklich Ich spiele Wario Nicht Mario Arm Wario Gehorche mir Nicht Mario Aber wie ging diese Enderwerbung da? Was ist das denn? Warbom Es gab doch so eine Werbung Für Wario Land Ne, warte, das war Mario Land 2 Äh, mit Wario Äh Don't listen to Mario I'm Wario Irgendwie sowas Und so'n Kack Als ich das erst gesehen habe Auf YouTube Dachte mir so Boah Schon ganz cool So Ey, ich bin schon als Kind gefeiert Hätte ich das gesehen Ne, gut Aber lange bleiben Die Coins halt nicht Ist ja auch ein Pisswitch Ich glaube ich riskiere es jetzt mal Dass ich es mir nicht mehr ertrage Wer ich auch langsamer? Ja, ich werde langsamer Rein da Nein, ich wollte Oh, ich konnte nicht nach links gehen Oh Hab ich nicht gesehen, meine Leute Das ist doch überhaupt nicht Oh Mann, ey Ich bin so, wie es das in der gleiche Links-Rechts-Design dort Wie in der letzten Folge Ja, ja gut Das hat er gesehen Ja, ich weiß Die Classic-Version So wie damals Das ist das hier Einfach Hier muss man einfach nur rüberrennen Run Dankeschön Aua Ich hab in den Kopf Gefutgeklangen Die Vision hier Die finde ich Äh, nee Ich hab hier keine Ahnung Wann was runterkommt Ich bin so blünd dafür Ich hab's gepflicht Ich zeig etwas zu wenig Und deshalb wird die Folge kurz Kann das sein? Ich mein Nicht schlimm, wenn die Folge kurz ist, ne? Ach, mein Gott Ja, also wie gesagt Nicht schlimm, wenn die Folge kurz ist, aber Ich will ja Schon das Spiel zeigen, so Was für coole Minigames es hat, ne? Wieso denn? Ich bin doch in die Tür reingegangen Ach, komm Ist doch leise Will, kann ich Chillen Ach, ich bin zu dumm für dieses Minispiel Ich hab keine Keine Geduld Oh, Mann Lauf nicht auf Klopf, klopf, klopf Dankeschön Penny hat aufgemacht Äh, ja Penny? Penny? Ach, egal Ich bin zu dumm für das Spiel Ist doch mir leid Ja Äh, 10 Minuten Und wir haben schon Die beiden Minigames Ich komm mir vor Als wäre ich irgendein Nappen Sag ich nur so Ja, das ist das und das Aber Glaub mir Ich versuche wirklich Gut zu sein, okay? Ein bisschen muss ich sagen Parachute War Okay Ist ganz cool Helmet Hm Ja Ist Zumindest das Moderne Ist cool Das Classic Ist für mich eher Ne Glaube ich So, dann haben wir Das nächste Chef Und nach den Sternen Tju, Peach In ihrem Kleid Kommt runter Und da ist Luigi Mama Mia So, ich hab keine Ahnung Genau wie das Ach, doch, 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 doch Doch, doch, doch Das war auch mega cool Da muss man hier mit Peach Da spielt man Peach Äh, Frauen können in die Küche Ja, wir sind mit Peach in der Küche Und dann muss man hier Das ist eigentlich genauso wie das Bonus-Minigame Jonglieren Nur das ist halt Wasserbar Platz Und viel mehr Sachen Und ja Also muss das irgendjemanden geben? Ich bin verwirrt gerade Aber das Minigame Erinnert mich irgendwie Ich hab mir dieses eine Spongebob-Spiel Das war dieses eine Spiel Wo die alle Filmstar werden wollten Und dann haben die alle Winnie-Spiele gespielt Und der Gewinner hat auch dann Filmstar werden oder so Habe ich oft gespielt War ziemlich cool Äh, ja Einer der Brüder Also ich hab Zwei, drei Spielen Nein, ich hab nicht viele Brüder Aber Komm, konzentriere dich jetzt mal hier Also eigentlich hab ich nur Einen richtigen Brüder Die anderen Brüder sind eigentlich eher so Naja, lassen wir das Ich will auch nicht zu viel darüber erzählen Aber Auf jeden Fall einer Von denen Äh Hatte eine Xbox Nicht wundern, weil Ich hab ja eigentlich Nicht eine Xbox und so Muss ich das jetzt nicht auch schien geben? Ich bin verwirrt Egal, ich mach einfach mit Äh, jetzt werden die aber braun Das kann doch so nicht richtig sein, oder? Sind sie kaputt gegangen Ich glaub, irgendwie verstehe ich das Spiel nicht Also jetzt nicht Ich hoffe, man hat das jetzt nicht fallverstanden Vorhin mit den Brüdern oder so Wie ich irgendein Kind bin Mit 10.000 Brüdern Nee, nee Ach so Soll Yoshi das vielleicht dann essen? Wenn das dann fertig ist? Vielleicht versuch das mal Das hab ich jetzt echt nicht verstanden Das soll jetzt fertig sein? Oh, ist sogar schon zu fertig Okay, Yoshi hat's gegessen Yoshi ist das? Dankeschön Okay, so funktioniert das anscheinend Alles klar Ey, das ist aber richtig cool hier Zumindest die Modern-Version ist richtig cool Finde ich nicht So, Yoshi 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 Ja, da kannst du noch so grimmig gucken Oh, Fisch Mh, lecker Fisch Ich hab's doch getroffen Ach egal, ihr habt's gesehen So, Classic Movie Funktioniert das? Das hab ich noch nicht angeguckt Ach so, das ist eine Neutral Bee von Mr. Game & Watch Doch, doch Das kenn ich Ich hab mir angeguckt Wow Da muss man einfach da drunter stehen Und das darf ich auf dem Boden Weil sonst fressen es die Mäuse Wenn die Mäuses fressen Dann bleiben die hier Und das wollen wir ja nicht Wollen ja keine Mäuse bei uns In der Küche Das hier finde ich auch eigentlich ganz cool Das hat auch so ein Tick-Tick-Tick-Tick-Tick Wenn man das so nennen kann Musik Ah, zack Okay Wow Reflexe Reflexe? Reflexe? Doch, Reflexe Nicht Reflexe Reflexe Genau Nicht mal wechseln Ja Na komm Jetzt bin ich ganz gut Man muss auch, glaube ich Bei jedem Minigame 200 Punkte schaffen Kann das sein Ich glaub schon Ich hatte das Spiel ein Freundin besessen Ich besaß es halt wie gesagt Nee Und ich hab so kackt Ich spiel noch mal mit kurzen Willen Nicht, weil ich hab das Gefühl Du hast Ich hab mich kurz Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tack Ich find schon krass, was so krasses Skills hier im Mr. Game & Watch drauf sich hat Ne? Zum einen kann er Schätze jagen unter Wasser im UFO U-Boot meint U-Boot meint ich eigentlich Okay, was ist mit dem Falsch? Zum anderen Könner jonglieren Zum anderen Könner dies Das Ananas All die anderen Minigames Zum anderen ist er auch Arbeitet auch bei der Kranken Beim Kranken Es ist auf jeden Fall Arbeiter mit einem Krankenwagen Junge, als ob ich jetzt nicht weiß, wie das heißt Alter, was ist denn falsch mit mir? Egal Ich blamier mich gerade nur Lassen wir es Oh Mann Zack, 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 zack Ich lade das Spiel übrigens in 60 FPS hoch, oder? Entweder 30 oder 60 Ich bin aber gerade nicht sicher Ich glaube aber in 60 Und dann werden wir mal sehen Ob das besser aussieht in 60 FPS oder in 30 Und ja, dann weiß ich schon mal für die Zukunft mal Bescheid Weil nach dem Teil kommt dann irgendwann der dritte Teil Aber nicht nach 5 Monaten, keine Sorge So, dann haben wir das auch gesehen Dann haben wir noch zwei weitere Wormen Wormen Keine Ahnung, was das sein soll Sterne sagen wir uns, dass Yoshi dabei ist Und Monty Mow Gab sie noch überhaupt schon? Gab es zu den Zeiten schon mal? Können sein Wie auch immer Das weiß ich jetzt gerade echt nicht, was es ist Ah doch, 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 doch Wir haben mir Yogi Eier Unsere ganzen Kiddies Unsere ganzen Kinder Die nicht Bibi Mario sind Und rumschreien Die wollen alle unsere Eier kaputt machen Die wollen hier Früher Ei haben Weil die hungrig sind Aber die machen Bam Aber wir wollen das nicht Nee Zack Das ist mir nicht schwer zu erklären Aber ich glaube man sieht es teilweise schon Nein, 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 nein Ich bin nicht so gut in dem Spiel Aber es ist schon cool Muss ich es zugeben Oh, jetzt war er Punkte zu kriegen Ist er echt, ey Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Kein Grüeier heute für euch Nee, nee, nee Seid unartig Ich nehme das gerade um 23 Uhr Oh man, Hilfe Was mache ich hier? Egal Zack 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 ich weiß aber nicht wann das ende ist vielleicht wenn ein eil kaputt geht oder so ich kann mich vorstellen aber ich weiß es nicht habe es nur ganz kurz angetestet und geguckt wie es funktioniert damit ich euch sagen kann werde ich komplett blind sein alter da war so viel gerade so und ich kann ja nicht mal oder könnte auch und dann komme ich direkt nach links oder ganz rechts nein 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 too much going on 100 punkte leute nein 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 es ist das krieg schon dieses ah nein knapp nein nein bis dich aber wenn man ganzheit hier drückt und kann man die ganze zeit schlagen so ja ja ich glaube ich habe zumindest das gefühl dass es so ist wo ich denke ich gut an vielleicht bekomme ich sogar die 200 punkte hin und der dritte teil ist bei der way für die gameboy color als beim dritten teil kein leben okay das ist krass aber im dritten teil der ist game ist das ist nur für gameboy color also wenn du beim nächsten mal schon fahren sehen und vielleicht sogar einen neuen neues layout das weiß ich noch nicht genau so wie es classic ist das ich habe alles angesehen hier muss man jetzt habe ich am anfang nicht verstanden aber man muss genau hier stehen wo keine blauen blöcke sind ihr seht das ja ungefähr ich kann das einfach nicht erklären ich bin zu dumm dafür aber ihr seht es ja schätze ich denke ich denke mal die meisten hier zu wollen ich bin ich gedacht haben zu sehen das finde ich cool muss ich sagen so wie geister oder so was in der mütze sieht aus wie ein geist und das macht auch spaß wird sich verlieren wie das gleiche spiel sondern was anderes was aber sehr ähnlich ist aber es trotzdem ganz cool ja da kassier ich die punkte ich meine spiel wo ich gut drin bin ich war es dann gab es auch ein spiel wo ich gut drin war glaube ich doch muss es eigentlich gewesen sein ich weiß nicht sogar das mit dem boot mit dem kraken aber jetzt wo ich weiß wie es geht und jetzt habe ich irgendwie drauf gar nicht schwer ich wollte nur genau hinsehen wow wow ich hab nicht richtig gedrückt sorry da ist aber durchgekommen kann ich einfach spammen und schaffe ich könnte ich nicht theoretisch einfach die ganze zeit zur seite wieso denn ich habe ihn noch bekommen ich wollte schon eigentlich die 200 punkte gab kassieren aber wenn ich mich das spiel verarscht war mir schon sehr 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 satt ich komme schon mal fast 150 erreicht ich dachte der rechts daneben kommt jetzt erstes naja aber das war eine richtig keine hunde muss ich zugeben und mann zu ihm oder das letzte ist donkey kong auch zwei sternen aber ist ganz unten was kommt nach mario und don't und ich glaube hier gab es aber mehrere level also ihr könnt erklären wie es ungefähr ist rechts 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 drücken jetzt drücken kann die springen zack vielleicht festhalten es ist eine sehr komische form von mario arcade das habe ich auch mal jetzt auf dem nis gespielt kann man sich noch mal angucken das jetzt aber dann war ich glaube ich auf springen und dann komme ich noch aber ich weiß es ist hier neu verschiedene level ich habe schon verkackt ich würde gern versuchen alle zu zeigen aber ich habe aber ich will mal zumindest das zweite level zeigen sagt geschafft es haben geschafft damit komplett hin ach so das war's noch gar nicht mit dem hier ist und etwa jetzt es hat so dass wir machen es immer kleiner hier gibt es keine polymo wieso denn ich das nicht ja ungefähr so denke ich und classic motor von originale also ich muss aber damit es losgeht wenn es direkt vor mir ist dann bin ich tot nein das meinte ich eigentlich nicht ich meinte aber ich muss schon früher springen ich habe doch sprung gedrückt ach so über mir ist war es kann doch sein dass es daran liegt ja daran dass über mir so ein plattform ist ist schon da hier zum ziegel wochen wie viele wissen noch schmeißen nachdem gehe ich jetzt go wow ich konnte nicht springen was ist das für ein aids und nachdem gehe ich aber weiter also irgendwie das spiel bin ich verwirrend ich bin verwirrt ich bin verwirrt ich bin verwirrt jetzt mache ich gut ok du noch und der andere jahre ich weiß ich bin gerade wenig leise ich würde mich hier als echt gern konzentrieren weiß ich komme nach oben oder soll ich auch gar nicht nach oben was so weit das schwierige ist aber das game wieder immer schwer ich schenke es nicht egal komm oder wird die folge einfach nur wegen diesem minigame hier ein paar minuten länger als erste folge wo es eigentlich mehr zu zeigen gab als vorher keine ahnung falls irgendwas verpasst habe oder keine ahnung ich hoffe ich will einfach sagen ich hoffe euch gefällt die folge hier auch wenn ich keine ahnung gefühlt nicht wirklich viel geschafft habe äh 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 ok war gut dann halt nicht aber auf jeden fall war es das dann ihr habt ja gesehen ungefähr wie das spiel funktioniert und äh ja bitte hasst mich nicht äh ja vielen dank fürs zuschauen haben wir auch irgendwas freigeschaltet das ist nur sterne noch so keine ahnung ich stecke es nicht vielen dank fürs zuschauen wenn ihr euch gefunden habt das ist eine positive Bewertung da wenn die nächste Folge schon raus ist dann könnt ihr wahrscheinlich irgendwo hier draufklicken kann gut sein ja und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Video wieder haut rein Leute und ciao ciao